Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Donnerstag, den, nee, für Freitag, ich bin, die kriege ich die Woche nicht gebraten, ja meine Güte, jedes Mal. So, ich drücke jetzt nicht auf löschen, das müssen Sie sich mit anhören. Das ist die Analyse für Freitag, den 6.3., und jetzt richtig. Das Bild dürften Sie kennen, das dürfte dem einen oder anderen noch bekannt vorkommen, das haben wir hier vorletzte Woche Sonntag gehabt. Vorletzte Woche Sonntag, als die ersten bestätigten Krankheitsfälle in Italien waren. Das kam übers Wochenende am Sonntag und da haben wir schon hier gesagt an der Kerze, da sollte man jetzt aufpassen. Ich habe mir da übelst einen abgebrochen, drum herum zu quatschen. Ich hätte niemals gerechnet, dass der DAX so abgeht, aber man hat zumindest schon ein bisschen riechen können, dass er echt tief rein startet und dass das gefährlich werden kann. So, wir haben damals auch auf diese Tabelle geguckt. Moment, ich hole sie noch mal kurz ran. Hier, auf das Ding haben wir geguckt und haben gesagt, dass es jetzt in Europa halt eben ankommt, dass es jetzt plötzlich hier ins Schlafzimmer kommt, deswegen eben auch das Bild und dass das bestimmt auch ein bisschen Unruhe auslösen kann. Wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass der, sonst hätte ich ihm gesagt, gehen Sie short für die nächsten 2000 Punkte, dass der so durchballert. Damit habe ich nicht gerechnet, aber zumindest, dass das Thema hier uns noch weiter beschäftigen wird, haben wir ja soweit mitgegeben. Und so jetzt gesundheitlich bin ich immer noch der Meinung, dass das wahrscheinlich heißer gekocht wird, als es gegessen wird. Also ich selber hätte auch jetzt nicht so zwingend ein Problem damit oder habe auch nicht zwingend ein Problem mit dieser Krankheit. Ich habe da jetzt in dem Sinne keine Angst davor, aber ich sehe, was passiert und was es für Auswirkungen hat. Und das natürlich auch im wirtschaftlichen Sinne letztendlich. Und das ist halt einfach das, was für uns hier mit am wichtigsten ist für das Trading, für die Börse. Und wenn ich da hier gucke, Italien, also mal ganz abgesehen davon, dass die 150 Tote haben und 400, die genesen sind und ich mich immer noch frage, wie man da eine Quote von 2% ableiten kann, ist es für mich viel wichtiger, dass wir hier pro Tag immer mehr dazu bekommen. Also wir sind von gestern auf heute, wir sind von vorgestern auf gestern schon um 500 gestiegen. Das war schon viel. Jetzt sind wir von gestern auf heute um 850 gestiegen. Also das heißt, das nimmt dort auch ein ganz schönes Tempo an und wird zunehmend auch mehr von Tag zu Tag. Und nochmal, wir hatten vor zwei Wochen zwei. Zwei, Leute. Zwei. Zwei. Jetzt stehen da 3.800, das ist zwei Wochen her. Ja, das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass dort, wo jetzt auch zwei oder vielleicht 100 sind, da jetzt hier zumindest in Europa, wo man eben das auch ordentlich misst und nicht vielleicht irgendwelche Zahlen bloß schön, wie das da drüben in China der Fall ist, man kann davon ausgehen, dass das hier jetzt auch vierstellig wird. Und man kann deswegen durchaus davon ausgehen, dass wir jetzt am Wochenende hier sechsstellig werden. Und da haben wir schon vor drei Wochen oder vor vier Wochen drüber gesprochen. Ich glaube persönlich, dass diese 100.000 nochmal Auswirkungen haben wird. Ich hatte da vor ein paar Wochen mal so den Spruch gebracht, dass man dann da auf Short drücken könnte. Da sind ein paar etwas sensibel drauf angesprungen. Es ist auch nicht ganz richtig, sich so drüber zu stellen. Hier stehen immerhin Menschenleben mit dahinter, aber man darf auch nicht die Augen davor verschließen. Und jetzt hier, was weiß ich, sagen, ich gehe jetzt long, weil da hängen ja Menschenleben dran. Also entweder man sagt für sich, man kann das moralisch nicht mit sich vereinbaren und geht, macht halt nichts. Oder man sichert sich halt einfach ab. Nichts anderes ist es ja, Short zu gehen, für bestehende Aktienpositionen. So, und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, den ich echt interessant finde und den wir, deswegen ziehe ich das jetzt hier nochmal so hoch, weil das ist für mich wichtig, dass wir das nochmal richtig in den Kopf reinkriegen. Wie läuft so ein News-getriebener Markt immer wieder ab? Ich kann mich dann auch sehr, sehr, sehr gut an die Ukraine-Krise und an alles, was so war, erinnern. Denn der Markt hat immer schon vorher eingepreist, was kommen wird. Und das macht ein Markt immer. Und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem die Masse das greift, was da gerade passiert. Und das auch mit dieser fallenden Bewegung assoziiert. Nur, dass diese fallende Bewegung irgendwann aufhört, der Sachverhalt aber noch da ist. Das heißt, in dem Moment, wo in der Ukraine das richtig am Brennen war, wo die Truppen sich positioniert hatten und wo irgendwelche Leute erschossen und festgenommen worden sind, also wo man gedacht hat, das geht jetzt nochmal richtig krass los, ist der Markt schon längst wieder in der Erholung gewesen und auch gar nicht wieder rein, also der ist nicht nochmal runtergekommen auf die Tiefs. So, und ich persönlich kann mir daher sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass wir unabhängig davon, wie sich das ganze Bild jetzt hier entwickelt, gegebenenfalls nächste Woche noch einen Spike kriegen. Und dann aber auch erstmal wieder 3, 4, 5, 6, 7 Wochen in die Ruhephase gehen und verdauen. Bis dann diese ganzen wirtschaftlichen Spätfolgen von dem, was jetzt hier passiert, transparent werden. Das wird ja jetzt quasi ein Quartal dauern, bis die Unternehmen alle dann die schlechten Zahlen melden, die sie hatten, weil Werke zu sind, weil Leute nicht gearbeitet haben, weil Leute aus Angst nicht gekauft haben. Ich weiß jetzt nicht, warum ein Mensch aus Angst nicht kaufen soll, aber ich bekomme das auch bei Bekannten mit, die horten auch Geld. Die heben auch Geld von Banken ab, weil sie sich sagen, naja, wenn jetzt hier alles zusammenbricht und so weiter und so fort, nachher kommt man dann nirgendwo mehr ran. Und klar, und das Geld gibt man jetzt nicht aus. Also, von daher kann ich das in dem Sinne erstmal nachvollziehen. Man hat ja gestern auch gesehen, die Zentralbank in Amerika, die da krass die Zinsen gesenkt hat, also die scheint schon auch damit größeren Folgen zu rächen, aber die werden wir jetzt noch nicht sehen. Das wird erst in der Berichtssaison dann losgehen und beziehungsweise, wenn die nächsten Quartalsberichte dann eben kommen. So, das also noch dazu und eben der Schlenker, dass wir bitte bedenken, dass auch wenn das jetzt weiter mehr wird, wir nicht automatisch davon ausgehen können, dass der Markt in gleiche Intentionen dann auch weiter fällt. Deswegen sehr, sehr vorsichtig. So, und da springen wir jetzt zurück zum Chart, denn da ist es jetzt wichtig, die Brücke zu schlagen. Ich könnte mir, wir sind nämlich extremst weit gefallen. Also, wir haben hier schon eine Menge Tobak drauf und Sie erinnern sich bestimmt noch an die eine oder andere Aussage, die ich hatte oder gemacht habe in Bezug auf dieses Tief hier. in Bezug auf den Punkt, wo eigentlich drunter nichts mehr ist. Denn, ich muss mal so sagen, so wie die Tageskerze steht vom Donnerstag, liegt es jetzt schon nahe, dass man uns zum Freitag in Druckstellung bringt, in Druckstellung auf Anleger. Wenn der Freitag jetzt auf Wochen tief schließt oder sagen wir mal, zumindest unterhalb der 700 reicht schon, unterhalb der 700 aus der Woche rausgeht, wird das gefährlich aussehen für die kommende Woche. Das wird insofern gefährlich aussehen, dass viele sich vielleicht überlegen, wohin kann er denn? 8.000, 7.000, muss ich da jetzt was machen? Muss ich meine Aktiendepots absichern? Muss ich vielleicht erst mal raus und gehe wieder rein, wenn sich die Situation beruhigt? Coronavirus wird ja noch 6 bis 8 Wochen mindestens Thema bleiben. So, das überlegen sich die Leute übers Wochenende. Dann kommt der Montag und der Montag hackt wie ein Bekloppte nach unten, unter die 11.200. Was glauben sie, was passiert? Die sichern sich ab. Die sichern sich alle ab, die kaufen sich Shortprodukte, kaufen Optionen, sichern Aktiendepots ab, nehmen vielleicht sogar Aktien raus. Aber in dem Moment, wo jetzt Nachrichtenlage negativer nicht sein kann, der Markt dieses Fallen bestätigt, wird der was machen, der wird sich hier sein Tief holen und erst mal in den Rebound gehen. Und der wird an die 200-Tage-Linie gehen, da bin ich relativ zuversichtlich, dass er deutlich da Zug draufkriegen kann und dann kann es gegebenenfalls schon wieder runterkriegen. Aber wir fallen in der Regel ja nie wie ein Stein auf Null im Markt. Und auch in allen möglichen Crashbewegungen, sei das 2007, 2000, 2011 und so weiter, gab es immer sehr, 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 sehr prägnante Gegenbewegungen. Und die wird prägnant, denke ich, schon werden. Ich rechne damit also unter 11.200, wenn das kommt. Wenn der Markt zum Freitag fällt. Und da möchte ich Sie jetzt einfach gedanklich schon mal drauf einstellen. Weil es ist jetzt so, jetzt fällt uns das noch leicht, über diese Situation zu sprechen. Was glauben Sie, was passiert, wenn das dann so weit ist? Wie man dann plötzlich dasteht und wie man sich selber gar nicht mehr traut und jetzt hier long und es ist doch alles so schlimm und so weiter. Jetzt können wir darüber noch lachen, weil wir wissen, wie wir dann reagieren. Aber wenn der Punkt da ist, ist es eben wichtig, sich noch mal vor Augen zu rufen. Was haben wir gesagt? Was kann jetzt hier kommen? Wo sind jetzt hier die interessanten Punkte? Und deswegen, ich möchte Sie gedanklich schon mal drauf vorbereiten. Ich persönlich werde auf jeden Fall, sobald wir hier drunter waren und da kommt die nächste grüne Tagesherze, ich werde long reinpacken. Und wenn ich einmal ausgestoppt werde und der macht noch eine rote Kerze, die nächste grüne, probiere ich das nochmal. Weil das sind Setups, die funktionieren sehr, sehr, sehr häufig einfach auch. Also es ist typisches Marktverhalten, der spielt mit Emotionen. Das kann ja besonders gut, der Markt. Denn so kriegt er das Geld von ganz, ganz, ganz vielen auf wenige verteilt. So, und wir wollen ja zu den wenigen gehören. Wir wollen ja nicht zu den 85% gehören, die ja nur verlieren am Parkett. Und von daher muss man an bestimmten Punkten einfach uns auch umdenken, anders denken. Sonst wird das nix halt. So. Und ich möchte es Ihnen mitgeben. Das ist so ein bisschen mein Plan, den ich jetzt habe. Und deswegen, wir schauen, wie der Freitag kommt. Der hat das Potenzial. Man sollte nicht zu sicher sein, dass der jetzt da unten rausballert. Also ich glaube, ich persönlich würde auch nicht zwingend short reingehen. Wobei wir da, da sprechen wir jetzt mal drüber. Ähm, wir sprechen jetzt mal drüber, wie das hier untergeordnet ausschaut. Denn, aktuell, haben wir diesen Startschuss noch nicht. Ich glaube, dass er am Freitag kommt, aber das muss nicht so sein. Erinnern Sie sich mal an den Dienstag. Wie sind wir denn da rausgegangen? Das sah doch auch Katastrophe aus. Dann kam ein Aufwärtsgap und ein neues Hoch. Mö. Klasse. So. Und jetzt stehen wir hier unten an der unteren Rangekante, dieser 57, wo er sich hier zuerst versucht hat zu stabilisieren, steht er auch wieder nur tief in der Range. So. Was kann passieren? Es kann passieren, dass der einfach nach oben zieht zum Freitag und den ganzen Tag wieder nur nach oben läuft. Denn nichts anderes machen wir seit Tagen. Runter, hoch, runter, hoch, runter. Das ist ein Seitwärtsfass. Das ist eine Range. Und solange die nicht platzt und kaputt geht und aufgeht und aufmacht, kann der Markt eben weiter in der Range erstmal bleiben. Das heißt, der muss oben oder unten raus, um die Range aufzulösen. Solange das nicht ist, ist es erstmal nur noch die Range-Phase. So. Sprich, man kann durchaus, wenn der Markt zum Freitag überzeugt, wenn er sich stark reinstellt, positiver notiert, als man das jetzt erwarten würde, positiver notiert, als das, was ich jetzt gerade alles im Tagesschart hergeleitet habe, dann wird er sich wahrscheinlich durchfühlen. So. Dann hat er Platz oben bis zur 12.000 erstmal. So. Und von dort kann er direkt weiter zur 12.200. oder so. Dann steht er wieder da oben und was macht er dann wahrscheinlich? Erstmal wieder direkt nach unten laufen am Montag. Also noch nicht zu sicher sein, dass er abschmiert. Deswegen, ich würde hier noch ein bisschen gucken, wie er reinkommt. Aber wenn er zum Freitag durchgeht, glaube ich persönlich, dass wir hier unten in die 480 reingehen, dass wir aber nicht genug hochkommen und hier unten irgendwo hier unten sogar aus dem Handel gehen. So tief hier. Weil dann, dann legt er sich psychologisch betrachtet richtig geil vor, um die Leute zum Montag, Dienstag auszuspielen. So. Also das ist so ein bisschen meine Vorstellung, meine Erwartung, die ich habe. Ich bin natürlich kein Hellseher. Ich weiß nicht, was kommt. Ich kann es auch nicht vorhersehen. Aber das würde für den DAX und für den Markt und so für typische Bewegung tatsächlich echt passen. So. Eins machen wir aber noch. Wir legen hier noch einen Short Trigger mit rein. Nicht, dass mir hier einer sagt, naja, da gehen die Pfeile nur nach oben. Ähm. Sollte der hier drunter gehen, unter die 350 auch, bitte die 100 da unten mit einplanen. Also diesen Schlag unter die unter die 200. Ich hätte ihn gerne gesehen. Also für mich wäre das, das wäre für mich Marktbereinigung. Was glauben Sie, was da überall für Kaufsignale aufploppen, wenn der DAX diese, der bricht eine Hochtieffolge. Also der würde das brechen. Der würde die Hochtieffolge brechen. Der würde den Aufwärtstrend offiziell beenden. So. Und dann sind Leute gezwungen zu handeln. auch Institute und so weiter. Da können die Notenbanken rumhauen, wie die wollen. Als Institut hast du immer gewisse Risikoparimittel, an die du dich halten musst, weil sie den Kunden versprochen sind. Und wenn bestimmte Situationen und Folgen eintreten, dann musst du reagieren, selbst wenn du nicht dran glaubst. Du musst das als Institut. Weil du das gar nicht leisten kannst, über das Risiko hinaus irgendwo zu gehen. so sprich, der findet hier extrem viel Futter, um sich aufzublähen, um sich aufzusaugen und dann nach oben anzuziehen. Und dann wahrscheinlich sogar recht zügig. Deswegen finde ich das so unheimlich interessant. So und mehr möchte ich Ihnen heute eigentlich gar nicht erzählen. Ich wollte Ihnen das gezeigt haben mit den Zahlen, dass Sie das ein bisschen im Blick haben, dass Sie auch verstehen, wie das häufig einfach ist. Es gibt keine Garantie dafür, dass das jetzt wieder so ist, aber es ist halt einfach in der Vergangenheit immer so gewesen, dass die News irgendwann weitergehen und schlimmer werden, schlimmer werden, schlimmer werden. Der Markt aber gar nicht mehr mitgeht, sondern sich abkoppelt und dann trotz dieser schlimmen News wieder anfängt aufzudrehen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das nächste Woche bekommen, wenn wir dann hier auch über die 100.000 springen. Wenn dann auch in Amerika die Punkte werden langsam größer. Toronto haben wir hier schon 21. Das wären, wenn man so rein nach dem Schema gehen, was wir überall sehen, müsste man sagen, Toronto wird am Sonntag hier 250 bis 300 stehen haben. So, und dann wird das in Amerika auch transparent. Überall schicken sie die Leute jetzt nach Hause, sagen sie die ganzen Veranstaltungen ab. Das ist total Wahnsinn eigentlich halt, was das auch für Geld kostet überall. Ist Wahnsinn. Aber vieles bezahlt sogar der Staat, also ein Unternehmen, was Mitarbeiter, glaube ich, nach Hause schickt, weil sie in Quarantäne stehen, die bekommen das meines Wissens vom Staat bezahlt. Aber es ist Arbeitskraft, die fehlt. Und das ist für das Unternehmen eigentlich immer das Schädlichste. Wenn Leute nichts arbeiten, können sie nichts produzieren. Und wenn die Unternehmen nichts produzieren können, können sie nichts verkaufen. Und wenn die nicht genug Cash auf der Kante haben, weil sie zum Beispiel die ganze Zeit nur ihre eigenen Aktien gekauft haben, Ohne da Namen nennen zu wollen, kann das gefährlich werden. Kann das gefährlich werden. Und wenn dann noch Lieferketten wegbrechen und ich als großes Unternehmen, vielleicht sogar als großes amerikanisches Unternehmen, wenn mir meine Lieferkette wegbricht und ich keinen habe, der das machen kann, was muss ich denn machen? Ich muss doch meinen Dienstleister retten. Ich muss den vielleicht sogar aufkaufen mit meinem Geld, was ich vielleicht gar nicht mehr habe, weil ich davon die ganzen Aktien zurückgekauft habe. Also wir haben hier schon noch Spannung drin. Vom Verlauf her denke ich trotzdem, dass wir nächste Woche spiken, dass wir unten raus uns bereinigen, frei machen, dann richtig in die Erholung gehen und dass wir dann die Nachwählen tatsächlich erst in drei Monaten so circa richtig am Aktienmarkt auch kriegen. Also dass der Sommer halt echt auch unruhig werden kann. Aber ich glaube schon, dass wir bis dahin nochmal eine gute Erholung einläuten können. Das ist so aktuell die Theorie, die ich verfolge. Also quasi sowas hier runter, dann hier nochmal hoch und dann später hier nochmal auf ein neues Tief auch. Das kann dann, ich weiß nicht, wie tiefer dann kommt, dann muss man gucken, wie weit ist er hochgekommen und wie legt er sich nach unten durch. Aber ja, wird schon nicht auf Null fallen in unserer DAX, geht ja auch nicht. Also auch viel Geld da, das muss bloß wieder raus aus den Köpfen, also es muss wieder, es muss ein bisschen Sicherheit reinkommen, Stabilität irgendwie wieder und dann kommt auch das Geld. Aber ich glaube, das wird uns noch ein paar Wochen beschäftigt. Gut, damit habe ich es lang genug. und dann wird uns noch ein paar bis zum nächsten Mal. Und dann wird uns noch ein paar bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.